Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Sandra Rose Fröhlich. Ich bin Diätassistentin, Diabetesberaterin und habe die Ausbildung zur Köchin in Hamburg gemacht. Ich stecke mit eigener Praxis in Lüneburg. Ich begrüße euch jetzt zur zweiten Podcast-Folge und zwar, welche Diäten gibt es überhaupt? Und zwar gibt es, die Frage kann ich schon ziemlich zügig beantworten, am Ende eigentlich nur zwei Diäten auf der ganzen Welt. Egal wie diese ganzen Diäten heißen, man kann am Ende immer nur in den Nährstoffen Fett oder Kohlenhydrate reduzieren. Das heißt, die Fette sind ja vielen bekannt mit Butter, Margarine, Speiseöl, die Fette in Wurst, Fisch, Fleisch, Geflügel, Fleisch in Fertigprodukten. Oder wenn ihr eine Suppe kocht und die stehen lasst, dann haben wir ja oben auf den Suppen auch manchmal Fett drauf. Bei der Wurst, Schinken zum Beispiel, haben wir einen stärkeren Fett dran. Diese Fette, diese tierischen Fette, die kann man tatsächlich reduzieren. Allerdings würde man die gesunden Fette aus Speiseöl, Butter und Margarine nicht reduzieren. Der Hintergrund ist da Speisefette als auch Butter und Margarine, also Margarine wird ja in der Regel aus Speiseöl hergestellt. Es wird halt ein bisschen verarbeitet, sogenannt gehärtet. Und dennoch ist in Speiseöl als auch Butter und Margarine, also die Butter kommt ja von der Kuh und wird aus der Milch hergestellt, haben wir die gesunden Fettsäuren enthalten. Am besten natürlich immer im Speiseöl. Sogenannte kaltgepresste Öle sollten sozusagen auch nur zum Beispiel als Salatsauce verwendet werden, weil sie diese wichtigen Fettsäuren enthalten. Natürlich ist in Margarine auch ein Anteil dieser besonderen Fettsäuren drin. Butter und Margarine wird ja in der Regel als Streichfett verwendet. Und das brauchen wir, damit wir auch die wichtigen Vitamine wie A, D, E und K auch zur Verfügung gestellt bekommen. Vitamin D gibt es ja einen Mangel in der Bevölkerung, was vielleicht einige schon mitbekommen haben, die vielleicht einmal darauf getestet wurden. Zudem ist das Vitamin D für die Knochenstruktur notwendig. Das Vitamin A, kennen einige immer, ist wichtig für die Sehkraft, also für die Augen. Dann ist es so, dass Vitamin A übrigens immer mit der Möhre in Verbindung gebracht wird. Allerdings ist Vitamin A ein fettlösliches Vitamin, also im Fett enthalten. Vitamin A und in der Möhre nur als Vorvitamin. Das Gemüse an sich hat immer Vorstufen Vitamine und daher sollten eben die Fette mit dem Gemüse kombiniert werden. Das heißt, unsere Großeltern, die immer so ein Stück Butter, meine Oma auf das Gemüse gemacht hat, hatte den Hintergrund, dass man die Fette kombiniert mit dem Gemüse und daher den bestmöglichen Effekt für den Körper bekommt, weil nämlich die Vitamine besser aufgenommen werden. Was aber nicht nur beim Salat ist, sondern natürlich auch bei warmen Gemüse sein kann. Allerdings reicht das Fett aus der Pfanne nicht, weil es erhitzt ist und dadurch sozusagen einen anderen Wirkungsgrad hat. Dadurch die Hitze natürlich auch Vitamine manchmal kaputt gehen. Aber finden wir den Weg zurück. Das heißt, das war so ein kleiner Einblick in die Fette. Das heißt, bei unseren Diäten gibt es am Ende zwei Stück. Das heißt, wir können die Nährstoffe verändern, in diesem Falle die Fette oder die Kohlenhydrate. Bei den Kohlenhydraten ist es so, dass sich die Kohlenhydrate reduzieren kann, was viele als Low Carb oder ketogene Ernährung kennen. Kohlenhydrate sind immer Kartoffelreis, Nudeln, Brot, Brötchen und Getreideflocken. Alles, was ich aus Getreide, Getreidemehl herstelle, wie Kuchen, Kekse, Süßwaren, also Gummitierchen, Dinge, die ich ummantle mit einem Teig zum Beispiel, wie Teigwaren, wie Teigwaren für warme Mahlzeiten. Denn sowas wie Pfannkuchen zum Beispiel, das gehört alles zu den sogenannten Kohlenhydraten. Obst gehört auch in die Kohlenhydrate, wird aber so ein bisschen reduzierter zugelassen, weil es ja die wichtigen, zum Beispiel Vitamin C enthält, Wasser enthält. Deswegen ist Obst nicht immer die Erststruktur. Wenn ich mir die Low Carb-Geschichten angucke, ist es so, dass ja immer Kartoffelreis, Nudeln und Brot schlecht gemacht werden. Aber die daraus entstehenden Produkte wie Chips oder Low Carb in Richtung Schokolade, weil sehr viel Zucker enthalten ist, den habe ich übrigens bei den Kohlenhydraten vorhin auch vergessen, da ist es so, dass man einfach die Menge definiert. Also eine strenge Low Carb bedeutet ja, man lässt alles weg an Kohlenhydraten. Und meine Erfahrung ist, dass ganz viele Leute dann niedrige Blutzuckerwerte kriegen, also sogenannte Unterzuckerung, manchmal auch mit Symptomen wie Unwohlsein, Heißhungerattacken, Zittern, Unkonzentriertheit. Und was dann bei Low Carb-Geschichten so häufig passiert, ist, dass sie nicht lange durchgehalten werden, weil ganz viele dann einfach in die Schokokiste greifen und Heißhunger kriegen oder den Kühlschrank aufreißen und alles essen, was irgendwie geht. Das ist leider die große Folge von dieser ganzen Low Carb-Geschichte. Die Studienstruktur zur Low Carb ist, dass es eine neue Studie gibt, in der gesagt wurde, dass diese Unterzuckerungen nicht förderlich für die Gesundheit sind, sondern dass rausgekommen ist, dass die Unterzuckerungen im Gehirn Gehirnzellen absterben lassen, als auch die Reduzierung von Kohlenhydraten dazu führt, dass mehr Unterzuckerungen ja entstehen und diese Unterzuckerungen auch Herzinfarkt und Schlaganfall hervorrufen können. Und man aus diesen Gründen eine Low Carb-Geschichte eigentlich medizinisch nach Leitlinien nicht mehr empfiehlt. Diese neue Studie ist aber leider nicht groß durch die Presse gegangen und daher, glaube ich, wissen ganz viele von euch gar nicht, dass das eigentlich nicht mehr leitlinienkonform ist. Daher dieser Podcast und ein bisschen diese Grundinformation. Kommen wir zu den Diäten zurück. Also, es gibt in der Welt nur zwei Diäten. Wir hätten also die Fettreduzierung und die Reduzierung der Kohlenhydrate. Wenn man jetzt eins der beiden gerne machen möchte, weil ihr euch sicherlich fragt, was ist jetzt die richtige Struktur zur langfristigen Gewichtsveränderung? Ich rede hier nicht von kurzfristig, weil das geht natürlich immer mit solchen Diäten. Die langfristige Gewichtsreduzierung funktioniert mit einer Ernährungsumstellung, mit einer moderaten, angepassten Kohlenhydratstruktur, wie wir sie im Ernährungsmaß haben. Also, die richtigen Portionsmengen auf dem Teller. Und da empfehle ich euch an dieser Stelle auch den Podcast Ernährungsmaß. Das ist übrigens die erste Folge. Und zum Ernährungsmaß findet ihr aber auch Bilder und Portionsangaben. Das wäre also die moderate Kohlenhydratstruktur mit dem Hintergrund, dass der Insulinspiegel eben nicht so ansteigt, weil wenn ich den Teller vollen Nudeln mache, esse ich mich von dem Teller vollen Nudeln satt. Und das ist sozusagen kontraproduktiv. An der Stelle würde ich probieren, dass ihr die Portionsmenge auf eine Handschale definiert und dazu mehr Gemüse macht, mindestens zwei bis drei Handschalen voll. Und idealerweise, wer es geschmacklich mag, eine Eiweißquelle dazu, die den Sättigungseffekt liefert. Das wäre zum Beispiel zum Gemüse noch ein Kräuterquark dazu, wenn ich jetzt einen Salat habe oder eine Eiweißquelle, wenn wir die Nudeln nehmen mit Gemüse, kann das sein wie Fischfleisch, Geflügelfleisch zum Beispiel oder Ei. Ihr könnt das natürlich auch zum Überbacken nehmen, dann hätte ihr das Ei zum Beispiel. Das heißt, man würde versuchen, dass der Teller so definiert ist, dass er eine Handschale voll Kartoffelreis oder Nudeln hat, zwei Hände voll mit Gemüse und dann als Sättigungseffekt Fischfleisch, Geflügel, Ei. Käse geht natürlich auch. Wer Milchprodukte verwendet, kann auch, wenn es zum Gericht passt, Quark oder Joghurt nutzen. Damit habt ihr dann die Eiweißquelle und dann funktioniert es in der Regel auch mit der Gewichtsveränderung. Man muss nicht immer gleich alles verändern, sondern in der Regel in kleinen Schritten gehen, weil wir es länger durchhalten und das Ziel hier auch ist eine langfristige Gewichtsveränderung. Kommen wir nochmal zu den Diäten zurück. Den dritten großen Nährstoff, den wir haben, ist der des Eiweißes. Und wie ihr gerade schon erfahren habt, ist das Eiweiß wichtig für eine Gewichtsveränderung. Wenn ihr eine Gewichtsabnahme oder Zunahme haben möchtet, ist es immer sinnvoll, nicht die Kohlenhydrate und die Kalorien nur zu verändern, sondern die Kalorien müssen angepasst sein. Da kann ich schon mal sagen, dass mindestens 1500 Kalorien pro Tag gegessen werden müssen, um dem Körper ein Minimum an Kalorien zu liefern. Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht mit einer sehr starken Kalorienreduzierung, zumindest langfristig. Das heißt, wenn ich kurzfristig ein bisschen Gewicht verlieren will, dann kann ich das alles machen. Wenn ich aber langfristig das Gewicht auch stabil halten möchte, wenn ich abgenommen habe, ist es wichtig, genügend Kalorien zu essen. Das übrigens mit Apps sehr gut funktioniert, weil ich dort auch immer genau sehen kann, wie viel Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate verzehrt werden. Das heißt, die kostenlosen Apps sind also eine gute Möglichkeit zur Überprüfung der eigenen Kalorienmenge. Viele Patienten fallen mir gerade dabei ein, sagen dann immer, oh Gott, ja, ich durfte auf einmal so viel essen, das ist häufig ungewohnt. Und das stimmt, auch bei den Diäten für eine langfristige Gewichtsveränderung ist es immer sinnvoll, ausreichend und häufiger zu essen. Beim Ernährungsmaß gebe ich auch die Empfehlung, nicht nur drei Mahlzeiten, sondern wer diese langen Pausen von drei, vier Stunden nicht einhalten kann, möchte oder will. Ich bin es übrigens auch nicht. Ich brauche eine Zwischenmahlzeit. Ich fühle mich besser mit mehreren Mahlzeiten. Der darf das gerne. Das ist natürlich immer ein individuelles Empfinden. Aber die Zwischenmahlzeit gibt häufig, wenn sie richtig ausgewählt ist, zum Beispiel eiweißlastiger ist, macht sie keinen hohen Insulinanstieg. Und deswegen ist es auch nicht verboten, sondern eher sinnvoll, Zwischenmahlzeiten einzubauen. Und eine kleine Menge an Obst, wenn ich zum Beispiel eine Quarkspeise mache und einen höheren Anteil an Quark und Joghurt habe, das vielleicht auch mische und dann ein bisschen Obst da reinmache, weil ich ja auch ein bisschen Quark in den Naturgeschmack brauche. Also irgendwas muss da ja reinkommen, damit es auch schmeckt. Und an der Stelle ist es so, dass diese Zwischenmahlzeit dann auch nur langsam den Blutzucker ansteigen lässt, aber einen hohen Sättigungseffekt liefert, weil ich eine gute Eiweißquelle habe. Das heißt, ihr könnt also Diäten machen mit Fettreduzierung und mit der Reduzierung von Kohlenhydraten, aber aus meiner Sicht nicht alles weglassen, sondern eine gewisse Menge nach Ernährungsmaß Kohlenhydrate mit einbauen. Das führt zu einer besseren Lebensqualität. Und meine Erfahrung mit dem Patienten in der Praxis ist auch, dass die Gewichtsabnahme dann wirklich gut funktioniert. Bewegung, habe ich noch gar nichts zu gesagt, gehört natürlich auch dazu. Zu den Diäten nochmal zurück, zur Eiweißquelle, weil ich da schon wieder von abgekommen bin. Die Eiweißquelle wird in Diäten übrigens nicht reduziert. Es gibt also tatsächlich keine Eiweiß-Diät in dem Form, könnte ich vielleicht nochmal erfinden, wäre jetzt ja nochmal eine Idee, sondern, also eine Eiweißreduzierung findet nicht statt. Das hat den Hintergrund, dass der Körper das Eiweiß braucht, weil es lebensnotwendig ist. Und ja, so minimieren sich die Diäten in der ganzen Welt auf zwei Stück, nämlich auf Fettreduzierung und auf Kohlenhydratreduzierung. Das Einzige, was man gemacht hat, ist, dass man die Diäten einfach, den Diäten verschiedenen Namen gegeben hat. Aber ansonsten gibt es eine Antwort auf die Frage, wie viele Diäten gibt es, nämlich nur zwei in Wirklichkeit. So, jetzt hoffe ich, dass ihr einen kleinen Ausflug in diese Diätwelt gemacht habt und mir folgen konntet. Solltet ihr Fragen haben, meldet euch gerne. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen angenehmen Tag noch, ein paar schöne Stunden. Ich danke euch für das Zuhören und liebe Grüße wünscht euch Sandra. Bis zum nächsten Mal.